UNTERTITELUNG Liebe Kollegen, wir haben heute eine außerordentlich umfangreiche Tagesordnung. Es handelt sich darum, eine exakte Organisierung des technologischen Prozesses zu erstellen. Augenblicklich muss man nicht gestört werden. Jawohl. Bitte nur in den allerdringendsten Fällen. Schon der erste Punkt unserer Tagesordnung, Kollegen. Wie bitte? Staatssekretariat? Selbstverständlich. Ja, ich höre. Natürlich bin ich abkömmlich. Das heißt eigentlich nein. Das heißt eigentlich doch, wenn der Herr Staatssekretär persönlich... Nein, 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 nein. Jawohl. Sofort. Liebe Kollegen, ich muss in einer dringenden Angelegenheit zum Staatssekretär persönlich. Ich bitte dich, hier den Vorsitz zu übernehmen. Du erstattest mir nachher Bericht. Kollegen, gerade der erste Punkt unserer Tagesordnung... Peter? Ah, BGL. Und wenn die 6. Schweiz mal so schön ist wie die Ostsee, ich will nicht in die 6. Schweiz. Ich will eben noch Hauptsäne Schweiz. Ich will nach Heringsdorf. Verstanden? Sag mal, was hast du gesagt? Ewig unzufriedener Meckerer? Ich frage dich, ob du gesagt hast, ewig unzufriedener Meckerer. Ich habe dich gefragt, ob... Ach, Moment, 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 ich komme mal selber rüber, nicht? Da hört sich doch Verschiedenes aus. Das werde ich gleich mal bereinigen. Du übernimmst den Vorsitz und erstattest mir dann Bericht. Besonders wichtig ist der Punkt 1 unserer Tagesordnung. Ja, doch. Einmal parat. Ja, ich bin es selbst. Ach, du bist's Felix. Grüß dich, Felix. Nur für zwei Stunden? Das ist aber schade. Geht's, Elli? Danke, auch gut. Viel zu tun. Sag mal, wie hat das eigentlich mit dem Benzin geklappt? Willst du nicht sagen? Weshalb denn nicht? Ach so, am Telefon nicht. Ich soll mal runterkommen? Gut, Kantine. Bis gleich. Ende. Ich muss eine sehr dringende familiäre Angelegenheit erledigen. Ja. Ich möchte dich bitten, solange den Vorsitz zu übernehmen. Ja, aber ich habe das doch noch nie gemacht. Ach, das macht doch nichts. Du erstattest mir auf jeden Fall nachher Bericht. Ja. 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 Also, es handelt sich hier um eine außerordentlich umfangreiche Tagesordnung. Kommen wir am besten zum Punkt 1. Ja. Ja. Ja, aber... Aber ich habe doch hier den Vorsitz. Ja. Ja, es ist gut. Ja, ich komme. Aber das geht doch nicht. Hm. Darf ich vielleicht herzlichst darum bitten, dass einer von ihm den Vorsitz übernimmt? Sie erstatten mir nachher vielleicht bitte Bericht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, dass einer von ihm die vidaft. Es ist gut. Ich weiß nicht, dass einer von ihm in Finnland hinbekommt. Das war mir nicht möglich. Nein, aber auch nicht. Ich kann es nicht in Ordnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir nicht in Ordnung sind.